Was macht ein Inder in Oeblan? Im Fall von Pamir Have war es die Liebe, die ihn dorthin geführt hat. Zwei Wochen lang begab sich der Blogger auf Spurensuche und wollte wissen, wie unterscheidet sich die indische von der steirischen Romanze. Ich habe hier in Oeblan Liebe gesehen als Liebe zur Geschichte, Liebe zur Tradition, wie man mit dem Vermächtnis von Paula Brocker hier umgeht. Bei seiner Abschlussveranstaltung im Kulturzentrum Kuhl stand Pamir den Besuchern noch einmal Rede und Antwort und erzählte von seinen Erlebnissen im Enztal. Warst du im früheren Leben auch schon mal in Oeblan? Ja, das glaube ich fest. Kann nur so sein, wenn ich die Menschen hier sehe, mir kommt alles schon sehr bekannt vor. Wann kommst du wieder nach Oeblan? Sobald die Gelegenheit sich bietet. Wie heißt dein Lieblingsgetränk? Mangolassig. Kannst du schon Steirer Krapfen backen? Ja. Nach dem Motto Bollywood meets Paula Krocker zeigt Pamir in seiner Ausstellung Filmbilder aus indischen Schmachtfetzen mit Untertiteln, die aus Paula Krockers Text die Hochzeit stammen. Dass sich Indien und die Obersteiermark ähnlicher sind als gedacht, hat er damit wohl bewiesen. Ich werde Oeblan vermissen. Untertitelung des ZDF für funk, 2017